Ihr habt euch ein Liedchen ausgesucht von einem Sänger namens Peter Maffay, aber im Original ist es von der Gruppe Karat, über sieben Brücken musst du gehen, also die Ballade. Genau. Und die werden wir jetzt ganz besonders gefühlvoll hören, sie dürfen auf ihre Position gehen. Wir drücken ihnen die Daumen und wir drücken natürlich den Arion Singers aus Waldkirch die Daumen. Die Partner unten, die sind schon ganz aufgeregt und fimmerig, die werden das hoffentlich überstehen. Jetzt kommt erst einmal der Motivationsapplaus von unserem tollen Publikum. Jetzt heißt es, gebt alles. Hier sind die Arion Singers aus Waldkirch. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Glück, manchmal wünsche ich mir mein Schaubbettchen zurück. Manchmal bin ich mit der Last und froh, manchmal schließe ich alle Türen nach mir tief. Manchmal ist mir Geld und manchmal heiß. Manchmal ist mir Geld und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgenmüll und dann suche ich trotzdem ein Herz. Über sieben Rönen musst du gehen Sie können jungen Jahre überstehen Sieh, er wolltest du die Asche sein Asche sein, aber einmal noch der hellen Stein Manchmal scheint die Ruhe des Lebens zu stehen Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen Manchmal ist man nie von Fernbekan Und manchmal sitzt man still auf meiner Wand Manchmal scheint man zu gehen Manchmal scheint man zu gehen Manchmal scheint man zu gehen Über sieben Brücken musst du geh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n. Über sieben Brücken musst du geh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n. Über sieben Brücken musst du geh'n, sieben Brückenjahre übersteh'n, 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 sieben Brücken sein. Schwarz-Rot, die Ari und Singers aus Waldkirch mit diesem Titel Über sieben Brücken musst du gehen. Jetzt ist das Strahlen noch siegessicherer, aber wir haben noch abzuwarten, was unsere kompetenten Fachjury entscheiden wird. Aber nicht nur für die habt ihr alles gegeben, sondern überhaupt für all diejenigen, die heute da sind, die Chorgesang zu schätzen wissen. Nichtsdestotrotz kann ich nur eines sagen, egal wie es ausgeht, schön, dass ihr da gewesen seid. Es war schon wunderschön damals bei unserem Vorentscheid und es war schön heute hier in Haub beim Halbfinale. Vielleicht sehen wir uns wieder. Schauen wir mal. Euer Applaus. Viel Glück. Toi, toi, toi. Dankeschön. Applaus Du, 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 du du mitmachen. Du, 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 du.